Wenn Elias Nellich für eine Sache in Berlin bekannt war, dann war es auf jeden Fall für sein Fußballtalent. Er wurde mit einer Gabe geboren, wie kein Zweiter, wie ein Ronaldinho und Sonstiges. Leider haben auch ihnen die Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre er mit Sicherheit jetzt auf ganz großer Bühne am Spielen. Nach einer sehr langen Fußballpause wurde jetzt VfB Oldenburg auf ihn aufmerksam und gibt ihm nochmal das Talent, da sie glauben, dass er es nach wie vor auch trotz seines mittleren Alters schon noch sehr weit bringen kann. Und damit starten wir in die Karriere-Simulation von Elias Nellich, auch bekannt als Elie Geller oder der laufaule Zehner. Wie weit wird er es schaffen, wenn er verletzungsfrei bleibt, das finden wir heute heraus. Dafür gibt Oldenburg, wie gesagt, schon ihm die Chance auf der Zehn zu wirbeln und mal sehen, was daraus wird. Natürlich ist es noch interessant, wer so Ballon d'Or-Sieger und Team of the Year Spieler wird oder dort reinkommt. Und zwar haben wir den ersten Ballon d'Or-Sieger im ersten Jahr, ist natürlich Erling Haaland. Wen wundert es? Also auch in Real Life ist er momentan absolut am Durchdrehen. Hier im Hintergrund sehen wir dann das Team of the Year. Ja, viele Bayern-Spieler sind dabei, wie Cancelo oder Kimmich, aber auch natürlich Manchester City-Spieler und Real Madrid-Spieler. So, die Saison ist vorbei und wie wir es schon im Hintergrund sehen, ist Oldenburg am Ende auf dem sechsten Platz gelandet. Das ist eine auf jeden Fall starke Leistung, wenn man berücksichtigt, dass Oldenburg erst vorhin aufgestiegen sind. Und das natürlich auch zu großem Anteil bestimmt von Elias Nellich, aber das sehen wir jetzt in den Statistiken. Und hier sehen wir die Statistiken der Mannschaft nach Toren sortiert. Und zwar sehen wir dort Elias Nellich mit 16 Toren und zwei Torverlagen, damit Top-Scorer auch sogar und natürlich auch Top-Torschütze. Der hat sich auf jeden Fall bewiesen, dass er einiges kann, ist auch schon hoch auf eine 75. Und ich denke mal, Elias Nellich ist bereit für den nächsten Schritt zur besseren Mannschaft. Falls es noch wen interessiert, und zwar die Champions League konnte Juventus Turin gewinnen im Finale gegen Bayern München. Und im DFB-Pokal war Oldenburg leider nicht vertreten. Und es geht in die zweite Saison und wie wir es schon sehen, ist Elias Nellich jetzt bei Schalke 04. Und zwar sind sie leider in die zweite Liga abgestiegen. Und ja, natürlich wollen sie direkt wieder aufsteigen, haben dann das Talent in Eli Geller oder der laufaule Zehner erkannt. Und wollen jetzt wieder angreifen und mal sehen, was wird. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch einmal das aktuelle Team von Schalke 04, womit sie die zweite Liga angreifen wollen. Natürlich definitiv eines der besseren Teams. Und auch in diesem Jahr konnte Erling Haaland seinen Ballon d'Or oder seinen zweiten Ballon d'Or Titel gewinnen. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das aktuelle Team des Jahres. Haaland und Mbappé wieder im Sturm natürlich vertreten. Und währenddessen dann noch ein paar Spieler von Bayern München, von Manchester City und Paris Saint-Germain. Werfen wir dann am Ende noch einen Blick auf Schalke, wie sie die Saison abgeschnitten haben. Und zwar sind sie hier in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, auf dem dritten Platz gelandet. Ich sehe irgendwie keine Relegation oder sonstiges. Deswegen weiß ich nicht, ob sie aufgestiegen sind oder nicht. Aber dritter Platz lässt sich doch mal sehen. Und sie haben auf jeden Fall die Chance aufzusteigen. Dann schauen wir uns noch die DFB-Pokal-Serie an von Schalke. Und zwar in der Runde 2 konnten sie Bochum im Elfmeterschießen ausschalten, ganz knapp. Dann in Runde 3 wartete aber Leverkusen und die haben sie dann bezwungen oder wurden bezwungen durch Leverkusen im Elfmeterschießen leider. Und am Ende hat dann Leipzig den DFB-Pokal gewonnen. Währenddessen in der Champions League konnte Manchester City gegen Tottenham im Finale mit 4-3 gewinnen und sich somit den ersten Champions-League-Titel sichern. Dann schauen wir natürlich noch auf die Statistiken von Elias Eligella-Närlich. Und zwar wie er die Saison abgeschlossen hat, 14 Tore, 3 Torverlagen. Er ist hoch auf eine 81. Also ich würde sagen, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und er gehört auch zu den besten Spielern definitiv im Kader. Es geht in die dritte Saison und wie ihr es schon seht, es ist Mallorca geworden für Eli. Und zwar sind sie nach dem Abstieg in die zweite Liga, haben sie ein ganz spannendes Projekt gegründet. Oder gegründet eher gesagt und zwar mit sehr jungen deutschen Talenten auf jeden Fall. Und natürlich dann Eli als der Starspieler mittendrin und natürlich auch mit einem guten Vertrag. Und hier im Hintergrund sehen wir dann auch das Team von Mallorca, womit sie dann natürlich den Wiederaufstieg auf jeden Fall schaffen wollen. Natürlich mittendrin das Herzstück der lauffaule Zehner und zwar Eli Geller. Und den Ballon d'Or im dritten Jahr konnte Kylian Mbappé gewinnen. Also auch keine Überraschung, aber natürlich sein erster Ballon d'Or. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres Mbappé vorne drin. Natürlich diesmal sogar Valverde unter den Stürmern anstatt Haaland. Interessant diesmal aber auch auf jeden Fall einige Real Madrid-Spieler, aber auch ein paar Spieler von Liverpool. Die Saison ist vorbei und wie wir es sehen, hat es Mallorca mit sehr gutem Abstand sogar mit 10 Punkten Vorsprung geschafft, auf dem ersten Platz zu landen und damit den Aufstieg in die La Liga geschafft. Im Copa de España konnte Mallorca in der ersten Runde gegen Burgos gewinnen mit 4-1. Dann im Achtelfinale wartete leider schon Real Madrid, wo sie dann auch nur knapp 2-1 verloren haben. Und am Ende im Finale hat Real Madrid dann einmal verloren gegen Athletic Bilbao. Interessanterweise hat tatsächlich Mallorca anscheinend den Pokal zuvor gewonnen, auch wenn sie abgestiegen sind. Dadurch haben sie es geschafft, nämlich sich für die Europa League zu qualifizieren. Und auch in der Europa League konnte man sogar, obwohl man zum Beispiel Borussia Dortmund in der Gruppe hatte, souverän auf den zweiten Platz landen mit 12 Punkten. Und dann, ja, in der Vorrunde kam dann aber Olympique Lyon runter und die haben dann Mallorca ganz klar geschlagen. Und am Ende konnte dann Atletico Madrid gegen Manchester United im Finale mit 2-0 gewonnen. Jetzt ist natürlich noch interessant, wie hat Elias abgeschnitten? Und zwar sehen wir es hier schon im Hintergrund, 32 Tore und 6 Tore verlangen. Also wirklich, er war maßgeblich entscheidend oder verantwortlich für diesen Aufstieg. Er ist hoch auf eine 7,80 sogar mittlerweile. Und auf jeden Fall ein geglücktes Projekt, beziehungsweise eine geglückte erste Saison. Und es geht in die nächste Saison für Eli und zwar wieder natürlich bei Mallorca. Das Projekt ist natürlich noch voll in Gange. Und, ja, wie wir hier auch noch einmal sehen, das Team im Hintergrund natürlich nach wie vor die ganzen deutschen Talente. Und mal sehen, was jetzt auch in der ersten Liga, also in der La Liga möglich ist. Den Ballon d'Or in diesem Jahr konnte, wie wir es schon sehen, Harry Kane gewinnen. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, Harry Kane und Nunes, diesmal vorne. Und ich würde sagen, von den Teams auf jeden Fall durchgemischt, auch wenn viele Spieler von Liverpool oder Barcelona kommen. Die Saison ist vorbei und wie wir sehen, hat Mallorca auf dem 13. Platz am Ende der Saison geschafft. Das heißt also, das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, wurde auf jeden Fall deutlich geschafft. Und am Ende wurde dann Barcelona Sieger der La Liga. Und Real Madrid nur auf dem 6. Platz. Einfach verwunderlich, aber naja. Dann schauen wir uns natürlich noch die Coupe de España an. Und zwar konnte dort Mallorca in der ersten Runde gegen Racing gewinnen, ganz locker. Und im Achtelfinale wartete dann wieder Real Madrid, wie im Vorjahr. Und dort ist man dann auch deutlich mit 5-2 ausgeschieden. Und am Ende konnte Atletico Madrid gegen Villarreal im Finale 3-1 gewinnen. Die Champions League hat währenddessen Barcelona klar mit 3-0 im Finale gegen Tottenham gewonnen. Natürlich werfen wir noch einen Blick auf Elis Statistiken. Diesmal 11 Tore und 3 Torverlagen. Also nicht mehr ganz so gut, wie sonst man es gewohnt war von ihnen. Aber trotzdem natürlich eine starke Saison oder eine solide Saison. Und natürlich auch dafür ein wichtiger Baustein, damit Mallorca den Klassenhalt geschafft hat. Und es geht in die dritte Saison für Eli. Natürlich weiterhin bei Mallorca. Und wie wir hier im Hintergrund sehen, hat sich an dem Team auch nicht wirklich was verändert. Nur, dass die ganzen deutschen Talente etwas besser wurden. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres. Oder fast schon das Team von Barcelona. Und zwar sind hier verdammt viele Barcelona-Spieler im Team des Jahres vorhanden. Die Saison ist vorbei und Mallorca hat es diesmal auf dem 11. Platz geschafft. Die Liga wurde souverän gehalten. Aber natürlich hat man sich ein bisschen mehr erhofft mit vielleicht sogar auf den europäischen Rängen. Dann schauen wir noch in die Copa España nämlich. Und dort können wir einmal sehen, dass in der ersten Runde Mallorca konnten wir gegen Cadiz gewinnen. Sogar 2-1 nur, knapp weitergekommen. Aber immerhin weiter. Dann im Achtelfinale konnten wir gegen Las Palmas, konnten wir auch mit 2-1 gewinnen, knapp. Im Viertelfinale wartete dann wieder Real Madrid auf uns. Aber wir konnten, wie wir es sehen, 3-2 sogar gewinnen. Sind ins Halbfinale gekommen. Dort war dann aber leider Schluss gegen Sevilla. Und am Ende hat Sevilla auch das Ding geholt. Werden wir dann noch einen Blick in die Statistiken. Und zwar sehen wir es hier. Eli Top-Tor-Schütze und Top-Scorer von Mallorca. Er hat 26 Tore und 5 Torverlagen erzielt. Er ist hoch auf 1,91. Also diese Saison hat er wieder mal absolut abgeliefert. Und ich denke, er ist bereit für den nächsten Schritt. Und Eli startet in die 6. Saison dieser Karriere-Simulation damit die vorletzte Saison. Und er wird seinen letzten Profi-Vertrag nochmal bei Real Madrid unterschreiben. Und zwar wird er dort vorne jetzt auch im Mittelsturm umwirbeln. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team der Königlichen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall nochmal ein deutliches Upgrade zu Mallorca. Und mal sehen, ob jetzt Eli sogar es schafft, um die Champions-Sieg zu spielen. Der Ballon d'Or in diesem Jahr geht an Vinicius Junior, einem Teamkollegen von Eli Geller. Und mal sehen, vielleicht ein Jahr hat er noch Zeit, selber den zu gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres. Sogar mit einigen Real Madrid-Spielern. Und leider aber noch nicht Elias Nährlich. Die Saison ist vorbei und zwar die erste Saison von Elias Nährlich bei Real Madrid. Und wie wir sehen, konnte direkt Real Madrid, auch wenn es knapp war und ein spannendes Titelrennen dort oben war, zwischen den ersten vier konnten sie den ersten Platz sich sichern. In der Cupa de España konnte man auch in der ersten Runde deutlich gewinnen gegen Las Palmas. Dann im Achtelfinale ist man gegen Real Valladolid auch ziemlich souverän weitergekommen. Im Viertelfinale war es dann sehr knapp gegen Real Oviedo. Bestimmt aus der zweiten Liga, dort hat man nur im Elfmeterschießen gewonnen. Aber man ist weitergekommen. Dann im Halbfinale wartete Atletico Madrid, die man auch sehr souverän sogar rauskicken konnte. Und im Finale konnte man tatsächlich es für sich entscheiden, auch wenn erst im Elfmeterschießen. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Champions League und dort konnte Real Madrid auch ziemlich souverän den ersten Platz in der Gruppenphase sich sichern. Auch wenn die Gruppe nicht so schwer ist, sag ich mal, gewesen. Dann im Achtelfinale konnte man Porto rausschmeißen, auch wenn es nur knapp war. Im Viertelfinale wartete dann Rom, die aber ziemlich deutlich besiegt werden konnten. Und dann im Halbfinale hat man sogar Liverpool ziemlich deutlich, auch sogar mit 4-1 im Endergebnis rausgekickt. Und im Finale wartete Leipzig, die man dann auch mit 2-1 schlagen konnte und damit der Champions League-Titel für Elias Nährlich. Jetzt sind wir natürlich noch auf die Statistiken gespannt. Und zwar sehen wir es hier, 30 Tore und 7 Torverlagen in seiner ersten Saison bei Real Madrid. Das lässt sich sehen auf jeden Fall. Und ja, der Sagi kann es nicht laufen. Und es geht in die letzte Saison dieser Karriere-Simulation für Eli Geller, natürlich bei Real Madrid weiterhin. Und mal sehen, ob eine Ballon d'Or-Nominierung möglich ist oder zumindest, dass er ins Team des Jahres gewählt wird. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Real Madrid, an dem sich aber nicht wirklich etwas verändert hat. Und tatsächlich gehörte Eli sogar zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or, neben Kai Havertz, Mbappé und seinem Teamkollegen Edwards. Und Eli hat es so geschafft, in seinem letzten Jahr in dieser Karriere-Simulation hat er einfach den Ballon d'Or-Titel sogar gewonnen und das absolut verdient. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, einfach fast nur Real Madrid-Spieler, muss man sagen. Ich glaube nur Aletico Madrid ist einer dabei und zwei von Bayern. Aber trotzdem natürlich, wer zählt? Mbappé ist auch noch dabei. Aber vorne drin natürlich Elias Nährlich auch im Team des Jahres. Und die letzte Saison ist vorbei und wir sind natürlich jetzt interessiert, wie hat Real Madrid oder Eli abgeschnitten? Und zwar gehen wir hierfür auf die Tabelle und wir sehen es gerade schon im Hintergrund. Man ist mit einem 10-Punkte-Rückstand leider nur auf dem zweiten Platz gelandet. Aber trotzdem solide Saison und vor allem der Ballon d'Or-Titel ist eh geschafft, deswegen kann man nicht meckern. Gucken wir dann nochmal in der Copa de España nach. Dort sind wir in der ersten Runde weiter, ne direkt rausgeflogen gegen Real Betis. Was ist da denn los? Man ist direkt rausgeflogen, musste natürlich aber auch gegen guten Gegner. Und am Ende konnte Athletic Bilbao im Finale oder im Elfmeterschießen sogar gegen Sibiria gewinnen. Dann als letztes natürlich noch die Champions League. Dort gucken wir natürlich auch nochmal vorbei. In der Gruppenphase ist Real Madrid auf dem ersten Platz souverän gelandet. Fünf Siege, ein Unentschieden nur, obwohl man Chelsea in der Gruppe hatte. Dann im Achtelfinale ist man auch ziemlich deutlich gegen Olympique Marseille weitergekommen. Und im Viertelfinale war dann aber die Revanche gegen Leipzig. Und diesmal hat Real Madrid leider Leipzig nicht besiegen können. Und ja, dann am Ende hat Atletico Madrid aber die Champions League gewonnen im Finale gegen Chelsea. Die letzte Saison lief leider nicht mehr so erfolgreich wie die erste bei Real Madrid. Aber trotzdem eine starke Leistung von Eli Geller. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen. Und ja, lasst auch gerne mal ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne vorbei in den anderen Playlists für vorherige Spielerkarrieren, wie die von Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi.